Oh, Alter, du nervst. Mit deiner guten Laune. Kannst nicht mal aufhören? Ist ja furchtbar. Schluss jetzt. Oh, Frankenwein, oh, Frankenwein, schon wieder bin ich ganz allein. Mit Glühwein ziehe ich durch die Stadt, die Stadt, die keine Märkte hat. Kein Weihnachtsmarkt gibt's hier zu sehen, drum muss ich tausend Schritte gehen. Den Glühwein gibt's jetzt live on tour, der ist veredelt und nicht pur. Ein Schuss Likörchen muss mit rein, es soll ja was Besonderes sein. So wird aus Glühwein dann der Punsch, der sehr gut schmeckt, so unser Wunsch. Ein Glühwein-Taxi ganz speziell bringt euch den Punsch nach Haus sehr schnell, dass ihr nicht lange warten müsst und euch die Weihnachten zärtlich küsst. Der Punsch vom Schloss, so herrlich warm, der hat Gesicht und reichlich Charme und bringt euch Freude in das Haus mit Lebkuchen, ein feiner Schmaus. Und wenn ihr in der Gegend seid, ist unser Punsch für euch bereit. Der wärmt die Seele und viel mehr, darauf singt dann das Engelsherr von Weihnacht und von großer Freude, wenn dann das nichts ist, ihr lieben Leute. Das Leben kann kaum schöner sein als mit dem Punsch aus Frankenwein. Na denn, wie ist denn ein Punsch? Oh ja, willst du auch einen? Hi ihr beiden, wir haben Tender und Seele. Oh, das ist schön, wunderbar. Ja, ich freue mich auch. Wohlsein, euch auch Wohlsein, einen schönen Abend und wir sehen uns. Wohlsein, euch auch Wohlsein, euch auch Wohlsein, euch auch Wohlsein.